hallo und herzlich willkommen zurück zum ls 22 auf der forst map naja forst tiefbau map wie gesagt das ist jetzt hier so der neue forstbereich also der hof sagt hier sind denn auch schon mal gut holz jetzt reingekommen 2 lkw voll hattet ja gesehen dass ich den ich habe den lkw noch mal getauscht er funktioniert recht gut habe ich auf der modseite von giants gibt es den auch und das läuft wie gesagt wollen denn jetzt hier erstmal noch so ein bisschen aufräumen dafür brauchen wir den backer bei sattel züge sind habe ich gerade hier unterwegs gerade unterwegs zum wasser jetzt hier ja kommt schon geht schon an Hey, das müsste doch da rangehen. Da sind die auch schon. Was machen die beiden? Die kommen aber auch immer mit Haste an, die Jungs. So. Boah, stimmt, hier geht das ja immer so runter. Die laden wir jetzt noch schnell. Bloß nicht zuwachen, aber mal ein bisschen gerade ziehen. Zieh, zieh, zieh. Dann können wir den schon mal abkippen lassen. Wie gesagt, das wird dann hier der Vorplatz für... Wo wir dann häxeln können. Dann können wir hier nämlich Holz... Wir müssen echt noch ein bisschen was aufschütten. Für Holz häxeln. So, aber dafür brauchen wir mal kurz das Hut. Über die neuen Porte fahren. So ein bisschen Kurse habe ich hier schon drin. Dann schicken wir die nämlich... Ja, Rockrevel passt. Ja, Rockrevel passt. Ja, Rockrevel passt. Ja, Rockrevel passt. Ja, das passt. Ja. Können wir das wieder wegmachen? Na ja, gut, der Sound Passt nicht ganz so Passt nicht ganz so Vielleicht kann er auch das an dem Bagger zum Glück drehen. Kann ich jetzt? Da kann er. Kann ich schon wieder nicht aussteigen. So, dann holen wir uns einmal den Radlader und ich denke mal, hier werden wir dann auch einen Zeitraffer machen. Und ich sag mal so, wir werden jetzt hier noch ein bisschen was machen. Einmal diese Dinger da holen. Die werden wir hier ablagern und auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns 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 beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018